Hallo, ich bin Simona, ich bin 17 Jahre alt und bin gerade im zweiten Lehrjahr aus Tischler Techniker und ich arbeite bei der Firma Kunex. Meines ist es abwechslungsreich und ein tolles Team. Ich fertige bereits Kundenaufträge selbstständig und bin verantwortlich, dass diese termingerechtfertigt werden. Bei unserer Soko Lehrlingswoche können wir unsere sozialen Kompetenzen erweitern. Bei Kunex wird mit den modernsten Maschinen gearbeitet und es gibt eine spezielle Weiterbildung für Lehrlinge. Wie wir brauchst du dich, wenn du gerne im Team arbeitest und dir das Arbeiten mit Holz Spaß macht. Als Kunex Lehrling solltest du Motivation, Teamfähigkeit und logisches Denken mitbringen. Von Bündel Von Bündel Von Bündel Untertitelung des ZDF, 2020